was ist magie was ist magie magie ist wenn du die schöpfungsgesetze bewusst einsetzt somit ist magie etwas ganz natürliches das dazu dient um sich in dem in der planebene in dieser physischen planebene das alles so zurecht zu stricken wie man das gerne hätte genau leider wird vom mainstream und von der von der matrix verwaltung wird magie so eingestuft als war das so ist es aber nicht magie findet zu jedem zeitpunkt statt wo ich bewusst irgendeine handlung begeh ja und es ist so wenn du deine handlungen nicht bewusst begehst ziehst du trotzdem was an weil da geht es ja immer um das energie folgegesetz also energie folgt der aufmerksamkeit aufgrund dessen bringst du ja sowieso immer das zum ausdruck was in dir drin gerade aktiv brodelt oder am start ist oder als nächste aufgabe ist oder oder unerfüllt ist wie auch immer ja oder deine ängste ganz gern also man bringt ja sowieso immer das zum ausdruck was innen drin ist und 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 warum soll es mir als schöpferwesen nicht erlaubt sein dass ich magisch agiere das wird in der spirit szene die mir so bekannt ist also nicht in der spirit szene sondern in die spirit gesetze sag ich jetzt mal so die restrictions da wird das ja gar nicht so gern gesehen diese sache von magie und von von eigenem willen du hast dann auch gern einmal wir haben wir eigentlich einen freien willen du selbst wenn ich in höchster instanz keinen freien willen habe was ich nicht glaube weil auch gerade in höchster instanz glaube ich dass ich einen freien willen habe und mir das alles ja ausgesagt habe damit ich da was ist lernen also jedenfalls selbst wenn ich in höchster instanz keinen freien willen hätte dann tue ich doch als individueller schöpfergott alles dafür dass ich diesen freien willen wieder kriege oder zumindest einen weg finde wie ich mich wieder auf dem weg zum freien willen mache magie ist so behaftet dann haben wir die ganzen märchen und die ganzen heri potter sachen und dann gibt es immer weiße magie und schwarze magie und da kann ich nicht anfangen da kann ich nicht anfangen da bin ich erstens zu wenig in der materie drin zweitens finde ich werde da ganz schön viel umgedraht und da wird wieder magie gemacht mit dem da wird wieder magie gemacht mit dem thema der magie manipuliert genau also für mich ist magie was was immer passiert für mich ist tatsächlich dieses menschliche leben magie an sich weil wenn man sich das genauer anschaut und sein fokus erweitert und nicht mehr mit dem ufer rein ins gebirg schaut dann wird man erkennen dass es so viele entwicklungsmöglichkeiten gibt in jede richtung in jede jegliche richtung und da möchte ich gleich noch eins drauf packen weil wir gerade so dabei sind mit der magie ich rede ja auch viel über inkarnation und reinkarnation und so geschichten und ich hab da über was nachgedacht was mich dann lang beschäftigt hat die letzten monate weil ich sehr viele wache seelen die mir so begegnen in real life und ein seelen viele seelen haben sich einen echt harten weg ausgesucht mit krassem leiden und haben sich dann von dem leiden befreit und helfen jetzt andere leute dadurch dass sie diese erfahrungsebene sich getraut haben zu begeben wo ich tiefsten respekt habe aber was machen wir dann mit dieser idee die aus sämtliche religionen kommt dass man immer so was soll ich sagen dieses ganze täter-opfer-spiel und dieses ganze brav sei im leben und so weil ich denke mir halt wenn ich kein Leben hinter mir habe oder hinter mir ist jetzt auch wieder ein Schmarrn weil es läuft ja parallel aber wenn ich keine erfahrungsleben sagen wir es einmal so wenn ich keine erfahrungsleben habe in denen ich böse war oder Sachen gemacht habe die Konsequenzen haben vielleicht auch negative Konsequenzen 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 die mich leiden haben lassen dann weiß ich auch gar nicht wer das ist und dann kann ich auch eigentlich gar keine Empathie und gar kein Mitgefühl nicht entwickeln wenn ich nicht diese ganzen Rollen schon einmal gespielt habe wenn ich nicht diese ganzen Emotionsbandbreite von diesen Rollen nicht schon einmal angeschaut habe deswegen stelle ich das so in Frage dieses ganze Karma-Dings-Bums-Trarada weil das ist meist zu linear da stimmt mir irgendwas nicht das ist irgendwie ein bisschen bitte nicht falsch verstehen weil du jetzt keinen persönlich beleidigen kannst aber dieses Reinkarnationsgebilde auch und gerade vielleicht im Buddhismus das wirkt für mich schon sehr infantil und Kindergarten also da sind ja jetzt nicht viel ähm 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 da ist ja nicht viel Spielraum ja gut da ist dann wieder dieser eine Spielraum dass ich Buddha selber treffe was wieder symbolisch ist und dann werde ich vom Räuber und Mörderer werde ich dann gleich zum Heiligen oder wie wenn ich Buddha erkenne ja das verstehe ich auch nicht so ganz diese eine Möglichkeit bestehen ansonsten habe ich da im Buddhismus echt einen langen Weg vor mir vom Stor bis hin zum was ist wieder das Allerhöchste fragt sie hier gell ähm wird es wohl wieder der männliche spirituell Gelehrte sein am Ende ja das sind so meine Gedanken zur Magie und zu dem was uns so drüber erzählt wird und don't let you get scared about magical life life is magic life is magic also lass dir echt keine Angst machen kannst du dich ruhig damit beschäftigen das ist gesund wenn man sich da damit einmal nicht beschäftigt hat zumindest in irgendeiner Inkarnation dann hat man keine Ahnung was auf der Plan Ebene da los ist weil das ist getarnt als ähm ja das ist ich würde jetzt mal sagen das ist getarnt als Amish Community und in Wahrheit ist es ein High End Science Fiction Computerspui äh ja dass serv complain drei guide